Herzlich Willkommen zu diesem Kurzvideo zu den Windows 11 Kompetenzen und diesem Video möchte ich dir zeigen wie man die Lautstärke verändern kann. Ich schalte hier gleich eine Musik ein und gehe dann hier rechts herunter und hier wähle ich dieses Menüpunkt raus und kann dann hier dementsprechend die Lautstärke verändern. Damit du siehst wie das geht spiele ich einmal Musik ab. Ich spiele es jetzt lauter und so einfach geht das. Das war es schon. Danke für deine Aufmerksamkeit.